Mau! Was machst du denn hier? Oh Mau, du Frechdachs, komm her! Oh nein, 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 Mau! Lass das! Mau, oh Mau, du hast mich total erschreckt! Was? Was ist denn? Was war das? Wie? Ich habe hier nichts gesehen. Rein gar nichts ist über euch rüber gesprungen. Ist alles okay? Ja, ja, na klar. Ein tanzender Pferdeschwanz. Jetzt schlaf ruhig weiter. Wie bist du hierher gekommen? Und was soll ich jetzt bloß mit dir machen? Du darfst doch gar nicht hier sein. Mau, das ist eine super Idee! Aber was soll ich denn jetzt mit dir machen, Mau? Niemand darf wissen, dass du hier bist. Alle werden denken, ich hätte dich mitgebracht. Sie schicken uns nach Hause und Mama und Papa werden mega sauer sein. Und wieso bist du mir denn überhaupt gefolgt? Ja, miau, miau, miau. Das ist alles, was du sagst. Ich verstehe dich ja, du Frechdachs. Aber niemand darf dich hier sehen. Hast du gehört? Niemand. Du Schmusekater. Du Schmusekater. Du Schmusekater. Vielen Dank.